Der alltägliche Wahnsinn! Sie brauchen einen Überblick über die Ankunft Ihrer Fahrzeuge im Hof? Die Fahrer brauchen schnell und einfach Informationen, welches Tour sie ansteuern sollen? Dann hilft Ihnen das AIS Hofmanagement. Zusammengesetzt aus Ankunfts- und Hofmonitor, Tormonitor und Hofchecker verschafft es Ihnen einen umfassenden Überblick über alle Fahrzeuge, inklusive Fremdfahrzeuge, auf dem Hof oder unterwegs. Der Ankunftsmonitor zeigt dem Leitstandmitarbeiter für jeden Lkw die geladenen Einheiten und Aufträge, wie viele Kilometer er noch zu fahren hat und wann er voraussichtlich am Hof ankommen wird. Hat ein Fahrer seine Tour beendet oder tippt er auf seine AIS-App den Button Home an, wird sein Lkw als Einheit im Zulauf angezeigt. Der Hofmonitor zeigt auf einen Blick, welche Tore frei, bereits eingeplant oder belegt sind. Mit einem Klick kann der Leitstandmitarbeiter jeder Ladeeinheit ein Tor zuweisen. Eine automatisch erzeugte Nachricht informiert den Fahrer darüber, welches Tor oder welchen Sammelplatz er anfahren muss. Auch Hochfahrzeugen können auf diese Weise ganz unkompliziert Aufträge erteilt werden. Der Tormonitor zeigt auf einen Blick, welche Tore frei für eintreffende Fahrzeuge sind. Eine rote Markierung zeigt an, dass das Tor belegt ist. Ist das Tor gelb markiert, wurde das Tor bereits eingeplant. Die Funktion Hofchecker verschafft Fahrern von Wieseln und Co. mehr Flexibilität. Über ein Mobilgerät erhalten Sie Zugriff auf eine Auftragsliste. Sie zeigt an, welche Ladeeinheiten wohin bewegt werden sollen. Alle Bewegungen werden direkt über das Gerät dokumentiert. Hofchecker, Ankunfts-, Hof- und Tormonitor. Zusammen bilden Sie das AIS-Hofmanagement. Profitieren auch Sie von einem zuverlässigen Überblick, mehr Planungssicherheit und reibungslosen Abläufen auf Ihrem Hof. Das AIS-Hofmanagement kann als Ergänzung zum mobilen AIS-Auftragsmanagement oder als Standalone-Lösung genutzt werden. Sie wollen mehr erfahren? Sprechen Sie uns gerne auf das AIS-Hofmanagement an.